Kaya wieder im Pool und blastet Das ist das was ich gemeint habe Wir können nichts dagegen machen Wir gehen runter Die rote Gruppe geht runter und die Tintakel nach außen Kommt alle bitte alle ein bisschen weiter nach vorne und lasst den Leuten Platz steckig schön in die Marks hinein Ja Die Tintakel bitte raus Rote Gruppe ist schon da, gell? Äh, ich hab A kopiand Ja, ich krieg den nicht zurück Ja Okay, gut lang Ja, blast mal nicht Vollgas rein Du hast glaub ich signifikant mehr Geld damit wir das hier auf der violetten Gruppe auch gesehen haben Ja, ich hab eben schon beim ersten Boss mächtig Probleme gehabt, Makro gegenzuhalten Ja 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 Pala ist sowieso schon nicht so topnotch Pala ist ein Gigamüll, ja Ja Lass uns wieder zurück gehen alle zu rot Rewind So, jetzt raus Schön raus Kommen wieder zurück Kippen wir sie auf AG Ascendance G-Allies Wir gehen jetzt runter Warte ich bereit Enter Bleibt im Fronten stehen Und klärt die Ads Rüber So Und wir gehen wieder zurück auf unsere Mark Oh, schön So, und wir gehen wieder zurück auf unsere Mark